Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video am Arbeitsblatt Parameterdarstellung von Geraden im Raum. Wir schauen uns heute gemeinsam die Definition der Parameterdarstellung an und sehen dabei, dass es zwei wichtige Kennwerte dazu gibt, und zwar einen beliebigen Punkt, der auf der Geraden liegt, und einen Richtungsvektor, der uns die Richtung der Geraden angibt. Mit Hilfe dieser beiden Werte können wir die Parameterdarstellung einer Geraden im Raum aufstellen. Zuvor habe ich dir einen Überblick zusammengeschrieben, was du bereits können solltest und welche Ziele wir gemeinsam heute haben. Was sollst du bereits wissen bzw. können? Ganz wichtig ist zunächst, dass du mit Vektoren gut umgehen kannst, sowohl in der Ebene als auch im Raum. Dass du auch weißt, wie ein Vektor zwischen zwei Punkten aufgestellt werden kann, bzw. wie Vektoren addiert bzw. subtrahiert werden. Schau dir dazu vielleicht noch einmal den Videolernzyklus über die Vektoren in der Ebene und auch im Raum an. Des Weiteren ist es ganz wichtig, dass du weißt, welche Möglichkeiten es gibt, eine Gerade in der Ebene im R2 aufzustellen. Hier hast du wahrscheinlich drei Möglichkeiten kennengelernt, eine Gerade aufzustellen, bzw. auch davon abgeleitet, die Parameterdarstellung hinzuschreiben für diese Gerade. Schau dir dazu auch noch einmal den Videolernzyklus über die Parameterdarstellung von Geraden in der Ebene an. Welche Ziele haben wir gemeinsam? Ausgehend von dieser Parameterdarstellung von Geraden in der Ebene möchten wir gemeinsam eine Parameterdarstellung von Geraden im Raum finden. Hier gibt es wiederum zwei wichtige Kennwerte, und zwar einen beliebigen Punkt und einen Richtungsvektor. Nur, jetzt unterscheidet sich diese Parameterdarstellung im Raum von jener in der Ebene dadurch, dass dieser Punkt und der Vektor dreidimensionale Objekte und nicht mehr zweidimensionale Objekte sind. Das heißt, drei Koordinaten bzw. Komponenten besitzen eine X, eine Y und eine Z-Koordinate. Ganz wichtig ist auch, dass wir heute gemeinsam eben erarbeiten, vor allem die Bedeutung dieser Werte. Was bedeutet jetzt dieser Punkt in der Parameterdarstellung und was bedeutet jetzt der andere wichtige Werte, Richtungsvektor? Und ausgehend von dieser Parameterdarstellung wäre es auch wichtig, dass du dann auch schlussendlich den Parameterwert t, der in dieser Darstellung auftritt, gut interpretieren kannst und auch diesen Einfluss von diesem Parameter auf einen beliebigen Punkt, x beispielsweise, auf der Geraden auch beschreiben kannst. Wir schauen uns zunächst einmal den Richtungsvektor an, der beispielsweise jetzt diese Gerade eben definiert. Und zwar den Richtungsvektor einer Geraden. Das ist jetzt egal im R2 oder im R3. Wie schaut jetzt dieser Richtungsvektor einer Geraden aus bzw. wie kann dieser Richtungsvektor auch beschrieben bzw. bestimmt werden? Wenn wir jetzt eine Gerade, in unserem Fall im R3 gegeben haben, in einem Koordinatensystem eingebettet mit XYZ-Achse, dann ist hier eine Gerade G gegeben, die hier im Raum verläuft. Und zwar liegt auf dieser Gerade G die beiden Punkte A und B. A und B sind zwei Punkte, die im Grunde genommen jetzt durch einen Vektor V miteinander verbunden werden können. Und genau dieser Vektor V ist jetzt der sogenannte Richtungsvektor dieser Geraden G, der zeigt an, in welche Richtung die Gerade G verläuft. Der Punkt x wäre dann ein beliebiger Punkt auf dieser Gerade G. Aber schauen wir uns zunächst einmal diesen Richtungsvektor V genauer an, der jetzt eben definiert wird durch diese beiden Punkte A und B. Liegen also A und B auf einer Geraden G, so ist dann AB, und wie man diesen Vektor zwischen zwei Punkten ausrechnet, das wissen wir bereits, als OB, also als Ortsvektor zum Punkt B, minus Ortsvektor zum Punkt A. Allgemein gesprochen ist es die Formel, dass der Richtungsvektor zwischen den beiden Punkten AB eben aufgestellt werden kann durch Endpunkt minus Anfangspunkt, also B minus A, beziehungsweise Spitze minus Schaft. Und dieser Vektor AB, den können wir auch V nennen, das ist jetzt unser Richtungsvektor von G. Das heißt, wenn wir zwei Punkte auf dieser Geraden G gegeben haben, dann können wir den Richtungsvektor V mittels dieser Differenz OB minus OA bestimmen. Des Weiteren ist jetzt A ein beliebiger Punkt eben, der gegeben ist, auf dieser Geraden G. Das heißt, wir haben jetzt zwei wichtige Werte für die Gerade G, und zwar diesen beliebigen Punkt, der auf G liegt, und dann einen Vektor, einen Richtungsvektor, der uns die Richtung angibt, in die jetzt die Gerade G zeigt. Diese beiden Werte sind jetzt ganz entscheidend für die Formulierung und die Definition der Parameter-Tarstellung einer Geraden im Raum. Und zwar, wenn wir uns jetzt noch einmal dieses Bild anschauen, dann sehen wir, dass diese Gerade wiederum in dieses Koordinatenzimmer eingebettet ist, und dass wir den Vektor V jetzt auch eingezeichnet haben. Jetzt ist es ganz entscheidend, dass wir auf den Punkt X schauen. Der Punkt X ist auch auf der Geraden G, ist also ein Element dieser Geraden G. Aber welche Bedingung braucht es dazu, dass dieser Punkt X auf dieser Geraden G liegt? Die Bedingung ist, dass X auf G liegt, und zwar dann, wenn der Vektor AB, dieser Richtungsvektor, parallel zum Vektor AX ist. Wenn ich den Vektor AX nehme, dann ist dieser Vektor eigentlich ja nur eine Verlängerung des Vektors V, also AB, und das heißt eigentlich, dass AB parallel ist zu AX. Genau dann ist dieser Punkt X auf dieser Geraden. Jetzt brauchen wir noch die Definition der Parallelität. Wann sind zwei Vektoren parallel zueinander? Zwei Vektoren sind genau dann parallel, wenn es einen Parameter gibt, T aus den realen Zahlen, sodass dieser Vektor AX, den wir hier haben, ein Vielfaches des Vektors AB ist. Er ist ungefähr das eineinhalbfache in unserer Skizze, aber allgemein wäre dieser Vektor AX ein Vielfaches von dem Vektor AB, das heißt AX ist gleich T mal AB. Wenn ich den Vektor AB mit einem Skalar, einer reellen Zahl multipliziere, dann komme ich auf meinen Vektor AX. Und wenn ich jetzt diese Gleichung mir genauer anschaue, dann kann ich den Vektor ja AX auch wiederum schreiben als Spitze minus Schaft, als Endpunkt minus Anfangspunkt. Dann erhalte ich insgesamt, dass X minus A für den Vektor XAAAX gleich ist T mal AB. Wenn ich jetzt diese Gleichung noch weiter umforme, sodass ich auf der linken Seite nur mehr mein X habe, meinen Punkt X, dann erhalte ich, dass X gleich A plus T mal AB ist. Das heißt, ich erhalte den Punkt X, indem ich zum Punkt A T mal meinen Richtungsvektor AB dazugebe. Und zwar in unserer Skizze wäre das A plus ungefähr 1,5 mal AB. Ich trage das 1,5-Fache des Vektors AB von A aus auf, und erhalte dann den Punkt X. Und allgemein können wir dann schreiben, dass X gleich A plus T mal V ist. Das heißt, jeder beliebige Punkt X auf dieser Geraden G kann eben beschrieben werden durch den Punkt A plus einen Parameterwert T mal diesen Richtungsvektor V. genau. Je nachdem, welchen Wert ich für T einsetze, je nachdem erhalte ich einen Punkt X. Das heißt, zu jedem Punkt X auf dieser Geraden G existiert ein Parameterwert T. Und zu jedem Parameterwert T existiert genau auch ein Punkt X auf dieser Geraden G. Und diese Darstellung, die nennen wir die Parameterdarstellung einer Geraden im Raum. Weil eben jeder Punkt durch einen anderen Punkt plus einem Richtungsvektor eben dargestellt werden kann. Abhängig vom Parameter ergibt sich ein Punkt. Deswegen auch Parameterdarstellung. Schauen wir uns genau eben diese Definition an, die du auch auf deinem Arbeitsblatt hast. Wie wir bereits gesehen haben, verläuft diese Gerade, die du neben dargestellt hast, durch den Punkt A irgendeinen beliebigen Punkt. Das ist in dem Fall der Punkt A. Der hat in diesem Fall die Koordinaten 0, 0, 2. 2 für die Z-Koordinate und 0 und 0 für X und Y. Und V ist jetzt dieser Richtungsvektor der Geraden. Der gibt uns die Richtung dieser Geraden in diesem Raum an. Und jeder Punkt X kann dann eben dargestellt werden durch X gleich A plus T mal V. Abhängig von diesem Parameterwert T, der eine reelle Zahl ist, ergibt sich damit ein spezieller, spezifischer Punkt auf dieser Geraden G. Die Zahl T nennen wir den sogenannten Parameter und diese Darstellung für G, X gleich A plus T mal V, nennen wir die sogenannte Parameter-Darstellung der Geraden G. Jeden Punkt entspricht also ein genauer Parameter T und jedem Parameterwert T kann auch ein Punkt zugeordnet werden. Das heißt, diese Darstellung ist im Grunde genommen die wichtigste Darstellung für Geraden im R3, denn mit Hilfe dieser Darstellung kann jeder Punkt auf dieser Geraden G beschrieben werden. In unserem nächsten Video schauen wir uns an, welche Möglichkeiten es gibt, diese Gerade bzw. die Parameter-Darstellung dieser Geraden zu finden. Wir schauen uns dabei zwei Möglichkeiten an. Auf der einen Seite eine Parameter-Darstellung zu finden durch zwei gegebenen Punkte und eine Parameter-Darstellung von einer Geraden zu finden, die eben durch einen Punkt A und einen Vektor V gegeben ist. Ich freue mich darauf.